so da sind wir wieder wir sind immer noch im inventar von aturo in diamond city und gucken gerade mal durch was der gute herr so im angebot hat okay diverse präzisionsschützen waffen scharfschützengewehr chinesisches gezacktes offiziersschwert sieht ja mal schön martialisch aus nein jetzt habe ich zu weit gemacht da wollten wir hin wir waren wo waren wir denn genau bei waffen genau beim offiziersschwert das ist ganz nett das würde ich mir vielleicht sogar kaufen weil ich es cool finde ja die maschinenpistole kampflinde kampfgewehr alles nicht so mal cool ein nudelholz mit stacheln aus aluminium schon verrückt was man in dem spiel alles bauen kann okay da gucken wir noch irgendwelche speziellen waffen ja ne okay rüstung hat er auch auch richtig gute so wie es aussieht was haben wir hier reduziert den durch menschen verursachten schaden um 15 prozent ist deutlich besser so aber kostet auch 4200 kronen gucken das ist definitiv außerhalb unserer budgetreichweite das wird glaube ich erst deutlich später werden gut hier sind wir schon in bereichen die können wir uns sogar leisten hier haben eine schadensresistenz die deutlich gesteigert ist zu unserem haben wir irgendwas nicht angelegt die lederrüstung sind alle ziemlich gut und preislich auch noch im rahmen würde ich sagen ja was hat er hier noch power rüstungsgestell eine bauanleitung das ist dann vielleicht cool für unsere ortschaften damit wir irgendwo eine zwischenlagern können okay hier gibt es fusionskerne für die power rüstung die kann man also auch kaufen das ist schon mal gut das zu wissen das wusste ich bisher auch noch nicht eine gamma patrone okay was das ist weiß ich nicht gleich bei gleich bei es gibt einen bolzen werfer der verschießt solche gleich bolzen eine plasma kartusche raketen schrotpatronen okay also der hat eine gute auswahl das werden wir jetzt noch nicht sofort brauchen aber da wäre ich bestimmt öfter mal zu besuch sein aber ich gucke jetzt trotzdem erstmal opfer unser inventar ein bisschen ja oh ja wir müssen verkaufen ja das ist schön trifft er wird an der wau okay wir verkaufen trotzdem weißt du eine schrotflinte ist eine gute versicherung gegen radar aber ich habe hier eine menge anderer möglichkeiten da wir haben ich habe ein paar minuten um für jeden was okay wir gucken mal was man ihm verkaufen können okay so big jim behalten wir wie gesagt die impro mine geht weg die impulsmine ist nett aber verkaufe ich dies momentan einfach zu sind das lesergewehr gefällt mir halt das werde ich auseinandernehmen die durch bis heute bis halte ich weil ich die ja bekommen habe explizit okay die splittergranate verkaufen die geflickte blaue jagge verkaufen die lederrüstung die verkaufen das rote kleid könnte man vielleicht piper geben mal gucken wie sie so aussieht eine sonnenbrille da werden wir was damit man ein bisschen anders aussehen als wir die letzte da tun okay was haben wir sonst noch so ist hier irgendwas dabei was etwas wiegt nein das ist okay okay und schrott naja weiß ich nicht ich werde wahrscheinlich den schrott noch mal eh sowieso komplett abliefern gehen in sanctuary wie bevor wir aufbrechen da können wir auch dog meat erst mal von seiner last befreien okay munition gibt es irgendwas was man nicht brauchen raketen also ich bin eh nicht der schwere waffen fan also verkaufen ruhig mal die raketen die waren die mini atomen wer ich behalten einfach weil ich euch dann später mal den fat man vorstellen will und der ist schon sehr 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 lustig so unsere fusions kerne ist ja alles okay die patronen okay fünf millimeter patronen 646 also falls wir noch mal den minigun kriegen ist das schon gutes backup also das perk was wir genommen ihr seht wir haben ordentlich munition auch die 38er munition 1581 schuss das ist eine ansage da lohnt sich schon fast eine automatische waffe mit 38 munition sich zu suchen können wir gleich mal gucken ob er sowas hat oder ob man uns dann daraus irgendwas schickes basteln können okay wir gucken mal schnell durch wo denn die 38er munition hat beziehungsweise ob er damit irgendwas hat okay das sind die ganzen impro sachen wenn sie nicht im pro wären würde ich sie interessant finden so sind sie halt für mich erst mal raus aus der auswahl was haben wir hier eine impro maschine ja es ist halt wieder impro ne handel wollen wir nicht abbrechen wir bestätigen den handel und ich würde sagen wir reisen noch mal schnell zu dem schiffchen was wir genau hier fragte us ist rip tight ihr seht schon auf der karte da haben wir wieder ein ganzes stück zu reisen bis wir zu unseren question kommen okay der super hammer ist ein raketen betriebener vorschlaghammer der gewaltigen schaden verursachen kann okay das ist soweit ich weiß sowas was super mutanten dann einsetzen und ich glaube ihr könnt zumindest ein bisschen nachvollziehen warum man davon nicht getroffen werden will also das ding macht schon richtig schaden und ihr seht auch hinten die den raketenantrieb okay mr guzzi wurde von general atomics international als gefechtsalternative zum hausroboter mr handy entwickelt okay also muss ich jetzt aufbauen dass ich die nicht verwechselt wir haben ein mr handy also kurzwurf ist ein mr handy und die kampfvarianten sind mr guzzi okay jetzt muss ich mal gucken ob die servo rüstung und die power armor hier noch liegt wäre ja nicht schlecht und ob wir reinsteigen können so geht das der gegenstand ist so schwer um getragen zu werden okay also wir können das dann gar nicht mehr looten gut zu wissen okay ist noch eine maschinenpistole ja dann reisen wir jetzt erstmal schnell wie ich gerade eben schon gesagt hatte nach sanctuary okay das ist noch ein ganzes stück wir reisen wie gesagt nach sanctuary habe inzwischen auch schon wieder gerade gesehen habt acht einwohner dort und das obwohl ich jemanden weggeschickt habe lasergewehre und laserpistolen verursachen hohen energieschaden und können gegner vollständig auflösen okay das sieht doch schon mal ziemlich eindrucksvoll aus aber da müsste ich meine energiewaffenskiller so hoch bringen und das wird bestimmt noch eine ganze weile dauern benutze den pipoi um verschiedene radiosender zu hören wenn du den pipoi schließt ist jetzt auch egal weil radiosender werden wir halt nicht hören weil ich halt persönlich da meine probleme mit bekommen könnte und darauf möchte ich lieber verzichten so wo haben wir den dogmeat der ist bestimmt vorne in der hundehütte also laden wir jetzt erstmal unser ganzen schrott ab dann gucken wir mal ob wir dogmeat finden okay so die hundehütte hat mir glaube ich hier vorne hingebaut hallo dogmeat ist hier noch jemand sitzt jemand nein da irgendwo jemand nein kein hundi da das ist aber schade wir gehen dann erstmal jetzt hier durch und suchen unsere hundchen und wahrscheinlich lege ich mich auch einfach hin wahrscheinlich wird er dann den tag über irgendwo rum flitzen außerdem gehe ich mal schnell ins baumenü und gucke wie es im sanctuary steht keine sorge es wird kein letztes bild okay ihr seht schutz ist immer noch relativ gut stadt wird wachsen zufriedenheit ist 75 alles alles gut ich kann sachen reparieren bei leuten ist das aber schwieriger ja das ist ja in ordnung okay hier haben eine seltsame nachricht von einem roboter er sagt er kommt aus einem ort namens grey garden ich weiß nicht genau was er wollte aber schauen wir mal nach man kann nie wissen okay er die hauen mich aber auch zu mit stadtquests ich werde jetzt erst mal mich schlafen legen naja ich stelle erst mal pro forma die zwölf stunden ein ich werde natürlich eher abbrechen aber dogmeat suchen wir uns dann noch dann wird das alles umgelagert wir gucken wieder was wir an waffen rüstung und so weiter mitnehmen und dann würde ich sagen brechen wir auf oder gut machen wir so so ist hell genug wird zeit unseren hundi zu finden so genau das muss doch gespeichert hatte ok was konnte da ein wildes braven also das ist einer meiner karawanen also wäre es gar nicht so und um den können wir mal die maschinenpistole geben und sagen er soll sie ausrüsten aber wahrscheinlich brauchen wir noch ein bisschen ausrüstung dafür also mal gucken muss noch mal schnell schauen was hat denn die maschinenpistole für die munition 45er 45er na wie viel geben wir ihm er kann sich auch ein bisschen selbst kümmern also kriegt doch ja kommen hier 50 schuss neben macht krieg im ötland ok und ja gut so wir suchen weiter unseren dogmeat der ist nicht da mal schauen wo wir ihn finden in den häusern würde wohl kaum sein gibt es hier irgendwo noch eine hunde hütte da ist noch 100 wo ich gerade vom teufel spreche aber auch keine hundi drin wie die sonne wieder aufgeht ja das bin ich auch auch wenn es schöner wäre meine frau mein kind dabei zu sehen aber ich glaube so viele soziale verbindungen hat der liebe pressen auch nicht mehr an sich glaube ich niemand der in meinen ort gekommen ist hier einen dreirad was ich gerade rumgekickt habe so unsere alte putze hier irgendwo noch eine hunde hütte vielleicht ist dogmeat auch noch gar nicht da eigentlich ist es ja auch total irrelevant dass ich den jetzt suche weil es hängt ja nichts an dogmeat dass wir ihn jetzt brauchen würden auch hier hinten ist noch ein schrotthäuschen da ist noch ein schrotthäuschen seht ihr so weit hinter bin ich noch gar nicht da ist kotzwurf wie geht's kotzwurf alte nudeln da hat er aber recht also auch in dem spiel sieht der sonnenaufgang sehr sehr schön aus das würde ich auch nicht relativieren da hat er kotzwurf was war es gesagt okay also es ist nix hier wir finden jetzt kein dogmeat das ist aber auch nicht so schlimm wir transferieren wieder ein paar sachen nämlich zum beispiel haben wir irgendwelche mods noch dabei nein so ja was lassen wir da irgendwelche waffen das lasergewehr lasse ich jetzt einfach mal da die leuchtpistole auch einfach bloß ein bisschen wieder auf waffen sparmodus gehen rüstung kann man eigentlich soweit zufrieden sein ich gucke noch mal ob ich irgendwelches essen einlagern also die leben sachen die die wirklich nicht viel machen die lasse ich auch da ihr wisst ja inzwischen wann ich heile und da bin ich meistens schon ziemlich weit runter und daher gibt es jetzt auch einfach nicht so viel was man da mitnehmen können gegenüber seht ihr übrigens immer noch unser wohlverteidigtes diner also das ist schon ganz okay aber eigentlich will ich es auch gar nicht so okay die bluterspritze die nehme ich nicht mit das ist mir zu zu heftig okay ich lasse es einfach wir machen uns abreisebereit gucken uns noch mal in sanctuary rum denn jetzt geht's in die innenstadt von boston denke ich mal in die genau ins bostner ödland der hauptstadt und da denke ich mal wird es gleich heiß hergehen also sage ich noch einmal kurz bis denn dann und wir sehen uns gleich wieder tschüss